ein herzliches willkommen zurück zum let's play von far cry primal ich hoffe euch geht es allen gut habt spaß und ich hoffe es wird jetzt tag und nicht nacht da ist es ziemlich dunkel aus wir gehen hier hoch aber ich glaube ich es bei uns hier und dann genau ja wir machen heute mal die mission und wir schauen mal weiter es wird dunkel nein 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 wir gehen natürlich am tag dahin wenn nachts sind wir immer noch zu schwach und ich habe keine lust dass wir so schnell sterben außer die eine mission die müssen wir bei nacht machen aber lässt sich halt nicht vermeiden da ist unser tickelchen Was ist das? Ach, ne Völle. Okay, wir nehmen natürlich das hier und rennen. Wir helfen dir mal fix. Na, gut mild. Weiß ich nicht, alles für meine Crewtour, also Dorfbewohner. Ne, die sammeln wir jetzt mal nicht auf. Ich hatte einen Wegpunkt noch nicht gesetzt. Da, ein Dorfbewohner, wow. Okay, ähm. Ich steh mir das Video natürlich einen Tag vorher auf. Mein Kind ist krank und da ich mich um ihn kümmern muss, hab ich tagsüber keine Zeit, das zu machen. Und deswegen hoffe ich, dass es entschuldbar ist. Ja. Oh, oh. Da komm ich, glaub ich, nicht runter. Aber da. Arbeiter. Komm schon. Na komm schon. Schneller, schneller. Jetzt haben wir den Sonnenbein, haben wir ein bisschen überdrehen. Komm schon. Warte, warte mal. Ich habe noch was. Fähigkeiten habe zwei. Durchsuchst Gegner automatisch, wenn du ne einen brauche ich nicht. Die Anführungszeiten habe ich um 80 auf 65 gemacht. Das ist ein Angebot, aber... Nein, 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 nein. Das hier wollte ich machen, genau. Weil das am wichtigsten ist, weil... Ja, ihr wisst, was ich meine. Oh. Oh. Ich drück immer X, ne? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da lang. Da lang. Da lang. Würde ich mir jetzt mal behaupten. Oder? Ja, ich behaupte, das war ein bisschen, äh genau, ein bisschen da lang. Das ist mir mal echt zum Mäuse melden. Ach so. Okay. Okay. Das müssen wir jetzt mal sehen. Das ist so blut gemacht. Mal hier hoch. Ja, Leute. Ich weiß nicht, manchmal ist das echt doof. Aber ich weiß nicht, wie krank ist das. Ich weiß nicht, wie es das ist. 7 und 4, gut. 1 und 4. Ich habe den Falschknopf gedrückt. Genau. Gut. Ich habe doch gerade gedrückt. Na komm, hör mal hin auch. Das Problem ist so treffig. Das ist der Gegengeflogen-Diode. Da. Einsammeln. Viel Handwerk, genau. Und jetzt kommen wir noch hier. So, Braunbärenfell. Okay. Braunbärenfell. Gut zu wissen. Wir können weiterziehen. Ich drück immer den falschen Knopf. Ich drück immer den falschen, verdammten Knopf. So. Da habe ich was gesehen. Da lang ist Müll. Dann gehen wir nochmal da hin. Dann gehen wir nochmal da hin. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da. 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 Ich weiß, dass wir da lang müssen. Aber ich dachte jetzt. Dann gehen wir mal hin. Zwei. Was ist der nächste? Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Da. Okay, dann. Ich weiß, ich drück immer den falschen Knopf. So. Wo können wir jetzt zurückgehen? Oder geht das hier noch weiter? Ne, noch hier eine. Da. Da. Da stehe ich mir mal echt blöd an. Na, Adlerchen. Da. So, na Adlerchen, na Adlerchen. Oh, zu spät. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Wir kriegen dich. Ich drücke ja SL2, wenn er wieder in die komischen Sturse geht. Litter. So, ich bin auch seine Federn. Ne? So, da oben. Weißt du, kann ich hier runter springen? Ich würde eigentlich so einen Hechtsprung machen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Fähigkeitspunkt. Drei Stück haben wir jetzt. Und jetzt nehmen wir das hier. Genau. Genau, genau, genau. Okay, Leute. Das war's denn mit heute von uns. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann machen wir noch eine kleine Aktion. Und ich respaw mich schon mal wieder hier. Wie immer. Und, ja. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt.